und dann bin ich raus oder ich habe noch das portal bereits ich wollte zwei 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 mal zurück was soll der Mist Okay. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Wie kommen wir in die Freiheit? Au. So nicht. Ah, das ist ja fantastisch. Ich stehe hier zwischen den Lechern. Ah, das ist ja. Ähm. Ich habe es eventuell ein bisschen verpackt. Ich stehe gerade bei den Lechern gleichzeitig tun. Okay. 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 Smehrgenjärn. Was ist hier der Plan? Okay. Das ist für die Gehäuse. Das ist ein Wettbewerb. Das ist für die Gehäuse. Das ist für die Gehäuse. Das ist für die Gehäuse. Okay. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Nö, aber ich werde es schon finden. Ich weiß, wo ich nicht hin muss. Es reicht mir. Ich weiß nicht. 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 Okay. Ich weiß nicht. 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 Der Krieg ist in der Marginierung. Herr Ab. Ok. Jetzt sind wir hier. Das bringt uns viel weiter. Tja. Es ist schon wenn wir hier durchgehen. Und da waren wir noch lange nicht am Ziel. Können wir hier durchfliegen. Tief genug fallen. Das bringt uns nichts. Was ist das? Tja, da waren wir schon auf dem Dinger Was bringt es mir, wenn ich da bin? Oh! Das bringt es mir Hat es nicht auch Spaß gemacht, als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte bis bald und sie riefen Und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan als ob Das war toll Ist da jemand? Nö, das niemals Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Das war toll Oh nein Oh nein